Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Farquay 3. Joa, da sind wir wieder. Und es geht weiter mit unserer Koop-Kampagne. Finde einen Weg den Fluss herunter. Die Umweltkatastrophe. Und es gibt einen Cinematic. Yay, Jetki fahren. Oh ja. Nein. Ich wusste, es gibt einen Haken. Das war doch klar, oder? Wobei, das eine könnte man als Handpimmis brauchen. Suche einen Tempel nachher im Springsatz. So. Oh, da ist schon der erste. Also, Typ. Nicht Springsatz. So. Ganz vorsichtig ran schleichen. Ach Mann. Dann muss ich ihm so einen Take-Down geben. Oh. Wollte ich ihn eigentlich silent killen. Na, egal. So. Was? Schrotwinde? Nein. Bam. Da ist schon wieder einer mit einem Raketenwerfer. Nein. Jetzt nicht mehr. Kommt mit der Daimsteiner hervor, Mensch. Okay, da oben ist noch einer mit einer Panzerfaust. Oh, das gibt's doch nicht. Nein. Das war jetzt unnötig. Ja, da ist rechts einer rumgelaufen. Oh nö. Pass auf. Nein. Ja. 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 Nachschaden mit Schroffelte. Vielleicht sollten wir ein bisschen länger hier in Deckung bleiben sollen. Vielleicht. Ach, hier liegt eh Munition, oder? Ah ne, hier sind nur Spritzen. So, dann würde ich sagen, bleiben wir jetzt erstmal hier. Freund oder Feind? Erstmal weiter Kugeln ballern. Oh, wo kam, wo kann ich sagen, wo kam der denn her? Boah, der mit dem Raketenwerfer. Ist jetzt gut da hinten mit der Panzerfaust, geht er nicht. Der, nein, der steht hinter dem Baum, pass auf. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er vorbei. Nein, da oben läuft schon wieder einer mit dem Raketenwerfer rum. Jetzt steht er da hinten. In der Miete. Habt ihr irgendwie hier im Dutzend billiger, oder wie? Joa. Großer Räumungsverkauf bei Bei der Deutschland GmbH. Bei Heckler & Koch. Ah, schnell noch ein bisschen Rüstung verticken. So. Ach komm jetzt. Nein, wo, wo? Ich glaube da kommt gleich einer irgendwo. Von links. Oh, von, oah. Von links. Von Aua, ja. Gibt Aua, weil von links, ach nee. Nein. Mal kurz heilen. Das ist jetzt echt ungünstig, dass der ein Raketenwerfer am Start hat. Wo steht der denn? Jetzt ist er tot. Ah, okay. Ich hab gesehen, wie er umgefallen ist. So, dann wollen wir mal weiter durch den Dschungel. Beziehungsweise. Das ist ein tolles Tempel hier. Oder die Überreste von selbigem. Ach, wer kommt denn da aus der Ruine raus? Doppelkopfschuss. Schau an, schau an. Lauft. Nein. Nein, das war nicht so gut. Nein, der Typ mit Tropfen hinter. Ende, Ausfeierabend. Egal, hier gibt's. Weckst du mich? Nee, ich hab keine Munition, warte. Oder ist hier Munition? Wo? Nein, ach nee, das ist ein Sprengstoff, okay. Wir müssen den ganzen Weg wieder zurück, oder wie? Äh, ja. Dann würde ich gerne erstmal hier ein bisschen Feuer aufräumen, bevor wir hier rausgehen. Ja, ich weiß nicht, ob die nicht einfach wieder respawnen. Ja, dann lauf. Steht noch einer? Ja. Wieso treffe ich den denn nicht? Steht direkt vor mir. Sonst gib ihm Nahkampfkill. Lauf. Warte mal rechts rum. Ich kann ja nicht drüber springen. Ich lauf mal voll durch die Mitte. Es ist irgendwie ruhig. Ja, es ist viel zu ruhig. Was ist jetzt? Ich höre links jemanden. Unter dem Übergang. Oh, Raketenwerfer. Nein. Hund. Hund. Kein Hund. Okay, los geht's. Links ist noch einer. Nein, links ist... Schrufhinter. Vorne. Vorne ist auch irgendwo einer. Ver... What the... Ist das jetzt ein Doppelaus... Doppelkill, oder wie? Ja, sieht so aus. Ach nee. Sehr guter Checkpoint. Wohl eher kein Checkpoint. Ja, richtig. Das ist der Punkt. Nö. Jetzt mal ein bisschen aufräumen. Dann den mit der Panzerfaust. Warum haben eigentlich hier so viele eine Panzerfaust? Weil hier eine Bombenstimmung her ist. Ganz einfach. Und denken sich alle so, ja, hier... Raketenwerfer gibt's billiger, wenn wir sie im Dutzend kaufen. So, jetzt mal eine Amazon-Sammelbestellung für Raketenwerfer. Boah. So. So. Schön mit Amazon Prime noch ein paar Punkte sammeln. Amazon Prime Weapon. Terroristen-Butschein. Ah, hier ist die Munition. Nein, ich bin tot. Gut. Tatsächlich, die Munition. Gut zu wissen. Alter. Pass auf. Was macht gut hier? Geht die Granate? Welche Granate? Tja. Die. Die, die ich da gerade geworfen habe. Das gilt dabei. Alter, wer... Wo? Schießt mich denn hier ab? Das gibt's doch gar nicht. Wolle, der noch mal in die Spitze rein. Hinter uns ist irgendwo einer. Hinter der Säule links. Ja, der war das. Hinter uns muss da aber irgendwo noch einer sein. Hier hat noch jemanden gehört. Vielleicht auch nicht. Oh, nö. Das ist ein Typ mit dem RPG von... ...ins Gesicht bekommen. Ne, der ist schon tot. Ich denke, der so lustig auf Heirat. Nein. Oh, wo kam der denn her? Wollte der mich erst mal von der Seite kaputt. Nein, da ist noch einer. Oh, nö. Nein. Nein, das ist jetzt ungünstig. Komm, ist mehr wiederbeleben. Dann mal kurz in Deckung gehen. Ah, mein Gott. Wie viel stehen hier denn noch rum? Multikill. Wunderbar. Oh, Panzerforst. Warum kann man hier eigentlich einfach rüberspringen? Kann man doch. Hm, oder auch nicht. Also, ich hab's vorhin geringen gekriegt. Dann war mein Timing irgendwie besser als jetzt. Erstmal saftig, dass mein Gelenk wieder eingeringt. Jawohl. Da muss er ein bisschen knirschen. Direkt vor uns ist ein Hund. Oh, besser mal die. Ich will ihn wählen, aber ich sehe ihn nicht. Ja, er steht direkt vor mir. Also in der Mitte. Hier oben. Du siehst den von da unten halt nicht. Das könnte gut sein, ja. Pass auf, da kommt keiner. Was lebt denn der noch? Was soll das? Okay, dann nehme ich das Paket und laufe dir hinterher. Hoffentlich treut mich nicht wieder einer, indem er hinter mir frohnt. Alter, so viele Leute mit der Schroflinte. Nein. Hinter mir ist einer. Nein. Gut dann. Ich weiß es nicht, ich wurde irgendwo von hinten geschossen. Nein, jetzt nicht nachladen, wenn ein Typ mit der Schroflinte vor einem steht. Nein. So. Boah, noch einer mit Schroflinte. Immer ordentlich Party am Start. Alter. Geh mal wieder das Paket. Bleibst du ein paar Meter weiter nach vorne? Ach nö. Ja, aber auch nur ein paar Meter. Oder ein Meter. Vielleicht. So. Genau. Das ist immer richtig scheiße, wenn du mit der Waffe hier nachlädst, hast du verloren. Welche hast du denn du? Das ist die von dem Dicken? Ja, so eine ist das, ja. Ah, ja, okay. Aus der Klasse ist das. Ja, dann hast du wirklich verloren. Ich will mal ein bisschen. Jetzt ist es gerade ruhig, wir sollten durchgehen. Ja, ich habe da so meine Bedenken. Low Forest. Würde ich gerne. Aber er geht ja nur. Der Opa. Aber ich glaube, wir haben jetzt alle, ja, relativ flüssig aus dem Weg geräumt mit 15 Tonen dazwischen. Ich glaube, es wäre weniger tödlich gewesen, einfach die Jetskis aus dem Wasser zu ziehen und dann hier über Land zu schleifen, als den Stunt-Team, den wir uns jetzt geleistet haben. Ja, schon irgendwie. Naja, egal. Rams! Ach komm, steht immer noch was? Also irgendwie sind die Explosionen hier nicht so geil. Ach komm, da gibt es ja bei Toy-SRs besseren Sprengstoff. Nehmen Sprengsatz und leg ihn. Oder überlasse deinen Profi. Entscheidet du. Oh ne, wenn wir nicht schon wieder sowas tun. Cool. Jetzt mal, wenn wir uns jetzt gehen. Brumm, brumm, motherfucker. Neun. Weg da, du Struller. Latsch. Komm. Ja, gespielt an der Bombe vorbeigeflogen. Jawohl, oder? Ach, ich habe eine Bombe gefunden. Mäh. Lege hier eine Bombe, okay. Nein, hier muss man die Bombe hingehen. Ich habe keinen Sprengstoff gesucht. Nein! Nein! Was war das denn jetzt? Ach komm. Wie hast du jetzt die Bombe mir weggenommen, aber die dann fallen gelassen? Was könnte das denn passieren? Das war jetzt aber der Maximalskill. So, jetzt geht mal hier ein bisschen Gas mit dem Ömmel-Ding und auf zum Biber-Damm, ne? Nein, jetzt nicht hier rumhängen. Oh, nö, ich hänge so fest, dass ich nicht mehr weg kann. Was war bei dir? Toll, und jetzt wurde meine Bombe gereaspt. Ach, jetzt wird mir die Bombe weggenommen. Oh, nö. Was soll denn der Scheiß? Nein, ich will schon wieder irgendwo hängen bleiben. Nein, Rommel. Plopp. Zwei von fünf haben wir, oh, wunderbar. Jetzt kommen drei von fünf. Junge. Nein. Oh komm, ich bin... Nein. Verdient. Nein, Mist. Verdient. Naja, das war jetzt wirklich verdient. Auf zur Talsperre, oder was weiß ich mal, das ist. Zack. So. Nein, du... Nein. Komm, wo soll denn dann die Bombe sein? Ach so, hier. Ja, toll. Toll, und jetzt? Festgefahren. Ach, so ein Mist. Ne, wir sind gerespont. Ja, toll. So langsam auf den Schotter wie ich da aufgefahren. So. Klopp. Wenn du jetzt noch eine legst und ich noch eine lege, dann passt das ja. Platsch. Einiges... Hast du noch eine? Ich hab eine, ja. Einiges Spawnpumpte sind irgendwie dankbar als andere. Dann warte ich jetzt hier. Platsch. Gut. Spawnpumpte. Bisschen viel Kurve. Fluss Valley. Erfolg. Ja, das sah jetzt auch grandios aus. Ja, die Baumstämme sind verschwunden und dann kam die Explosion. Ja, genau. Jawoll. Wunderschön. Bereit. Sogar sehr breit. So. Ver Update. Musik. Ja. ią punpum. Vielen Dank.